im 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 in 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 im in 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 um in all richtig in in an Reis es wird noch auch eine Diamant Hacke und dann über dein Leben noch und den Gebeten über Leben noch Diamant Hacke die Fischbeet fangen einen Fisch und Angel ein ein kompletter Kogler sieben alle Katzenorten sieben von elf haben wir schon oder weiße von dem alles vermehre alle Tierorten Nummer 5 von 14 sieben alle Katzenorten Sommung und mein Gott der Kern und die Geschichte des Spiels Baustein mit einer neuen Spitzhacke der eine große Spitzhacke her spielte Eisenerz im Ofen zu einem Eisenbaum macht dich fein schützig mit einem Schuss zum Teil aus Eisen fülle einen Eimer mit Lava verzeuge einen Block Obsidian und den Bau hinab baue was entzünde und betritt ein Netterport das haben wir schon gemacht lenke einen Pfeil mit einem Schild ab zu viel verbessert ein zu viel zu verweisen im Blut beschaffe Diamanten haben wir schon gemacht bedeck dich mit Diamanten verzauber oder was einen Gegenstand an einem Zauber durch haben wir da auch schon gemacht schwäche einen Doofbewohner Zombie und heile ihn dann hä hm 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 Was weiß ich Folge einem Enderauge betritt das Endportal ja das haben wir dann noch das mach ich aber noch nicht mach ich aber noch nicht wirf einen Dreizack auf irgendetwas Sinnweiß es ist keine gute Idee deine einzige Waffe wegzuwerfen hm hm Triff eine Doofbewohner mit einem mit einem Blitz Schraufschützende erledige 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 ein Skelett aus einer Entfernung von mindestens 50 Metern woher weißt du was hier 50 Meter sind 50 Blöcke Meisterjäger erlege jedes Monster mindestens einmal 12 von 25 haben wir da schon hm hm benutze ein Totem deiner was ne benutze ein Totem der Unsterblichkeit um den Tod vor der Schippe zu springen hm hm schließe einen Handel mit einem Dorfbewohner ab baue einen Eisengolem um bei der Verteidigung eines Dorfes mitzuhelfen hm äh feuer eine Armbrust ab erlege zwei Phantome mit einem Durchschuss erlege jedes Monster mindestens einmal 14 von 25 erlege zwei Phantome mit einem Durchschuss äh gib einem Plunderer eine Kostprobe seiner eigenen Medizin äh soll ich die ausrauben oder was entdecke die Biome Abenteuerzeit 16 von 42 ne ne äh hat man das immer geklärt haha hier fehlt einer EINER fehlt einer 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 von ne hier diese Tierritzdinger da so eine Tierritzstuche hat er nur Spaß gewesen oder was alles sind ich glaube hier wird was das weiße hm десяte Hеди hihra h eleven hoch h H Ich habe keine Ausgang gefunden. Ach ja. Du brauchst das heiße. Ich brauchst das heiße. Nein. Geht er. Nehmen wir mal mit. Wir haben 6 Truhen. 7 Fässer. 6 Polierter ein Polierter an Konnitttreppen. 4 Polieten kann nicht. Das ist ein Blunderant. Du hier bei uns aus? Nein, nein, nein. Ich war halt im Berg da oben. Nein. Nicht? Nicht im Berg? Weil es kommt zurück, ich bringe die Schinnen mit. Töchst mal ausrüsten. Nein, ja. Dressen sind jetzt hier in den Film gelegt. Ich bringe diese Halle um. Oh, Baby-Zombie. Das bringt mich die Halle um, und die bringt mich alle um. Die... Ich die. Okay. Baby-Zombie kommt. Na, kiezen. Ja, na, na. ist so gut wie gestorben ich muss hier nicht so in der im Stuttgart nicht ein Kollege sie erledigen die lege Hallo, du stirbst gerade. Hallo. Ich nicht. Hallo. Tittenfisch. Tittenfisch tot. Ich hab nichts gemacht. Ich stand bloß daneben. Ich stand bloß daneben. Ich hab bloß dir zugeschaut. Pfeiler hab ich. Ich schroll dir diese Tür nochmal. Kommt du zum nächsten, die Tür dahin geschwommen oder was? Angreifft. Kommst du mit uns? Na Marsch, soll man hier noch die Türe reinpacken da unten. Ich wollte hier am Lagerfeuer. Verbrenne ich aber nicht. Ich hab's gerade gemerkt. Stecken wir noch was zu essen mit ein, dann bitte ich hier. Ne, 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 ne. Weiß ich so, wie es ist. Probleme habe. Ne, man da ist dann wohl nicht drauf. Da ist dann ja auch zu zu. Ne, ne. Ne, ne. Hier bin ich noch zu. Wo was? Da auch zu zu machen. Ne, bei mir ist zu zu. Ne, bei mir ist zu zu. ganz oben wenn ich jetzt rechts muss das sind an kurz weiter die Bokas auf F3 mit dem Motto sich immer zu schütteln können und sie wird mit dem Kulturs das war die Gemeinde die Begründung bei Was ist denn hier? 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 Wo đi noch hin? Hä? Ich bin so blöd gewesen. Dann sind wir oben auf und so. Du... Du willst schon dass die stehen bleiben muss sie sehen ne, dass sie weiter laufen. Nein, sie wollen auf so eine Wiese. Auf so eine Wiese? Hier gibt es viele Wiesen. Hier hin vielleicht? Warum laufe ich jetzt auf Bäumen rum? Wo ist er denn? Bist du da runter gegangen? Hier bin ich. Ja, schon gesehen. Aber hä? Kann es gar nicht gewesen sein? Darum Walgewinde. Bist du hier hinten frei? Ansonsten. Kommst du? Ich bin schon bei meinem Haus. Ich bin schon bei unseren Häusern. Ich bin schon bei unseren Häusern. Ach, geh bis wir raus gehen? Nein, ich bin nur einfach dort lang. Ich bin bei den Pilzen hier hinten. Wie von der Heinz oder die Kurschen braun. Bei dem Kurschen braun, da noch nicht. Das sind die Kurschen braun. Das ist nicht. Obwohl sie an den Kurschen braun, ist noch nicht. Achtung ein ein tiefes Loch sind die hier? Hier sind sie! Auch da der Außenbruch weg hier wo? Die können irgendwie alle zu dir hoch ein tiefes Loch noch einer? wir wollen doch von uns ganz viele hier hinten sind die Bühne aber hinten immer ganz viele wenn sie so Dinge gefunden haben, so ein Kunst ist so ein Teil, wo die alle rein wohnen quasi da gibt es so ein Kunstbuch, wo die rein wohnen Schau, aber kamen noch Pfeile, schau mal elf Pfeile bis zu welcher? Ne, ne, ich hab noch Spaß nicht ich hab noch 4 und 6 und 7,50 4 und 6 und 7,50 gib mich 7,50 bist du hinter dir hinter dir hinter dir hier hinter dir je, ich hab 4 und 6 und 4 fientes noch in 5 4 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 Oh, Creeper! Guck mal, du hast geflutet. Ja, die wohnen im Wald. Wo denn? Ja. Das hat doch in Ruhe jetzt. Ich geh auf eine kleine Reise. Wo denn? Guck mal, ein Hühnchen. Ich geh in den Sinn. Was? Ich brauch Vetern. Ich brauch Vetern. Ich hab Haufen Vetern zu Hause. Ich hab hier die komische Steine gesammelt, diese Spitzen quasi. Ich weiß nicht, hier. Feuer auf Steine. Ja, ja. Guck mal, hier hat die Steine, hier sind die Bäume. Ich geh mal kurz einen Baum mitnehmen. Ich geh mal kurz einen Baum mitnehmen. Ach ja, sie... den Dingsbaum dran. Ditten läuft die Kuh rum. Und hier ist ne... Spalte. Ich weiß. Was ist ne Kuh? Da hinten irgendwo. Die Kuh runterschubsen. Und da hinten? Das ist ne Kuh. Da hinten ist ja auch nicht gekonnt, wenn du die Kuh runterschubsst. Das ist ja auch nicht gekonnt, wenn du die Kuh runterschubsst. Und da. Ja, da hinten ist ja auch nicht so. Ich will vielleicht auch runterschubsen. Mach keine Minecraftreise. Ich will vielleicht auch runterschubsen. Ich will wahrscheinlich auch runterschubsen. Ach ja, ich will überall mitnehmen. Kuh! Grab die Kuh gefunden! Kuh kaputt! Scheiße, muss ich fliegen. Ich wollte dich gerade mal rassieren mit dem Schmerz. Liebe Kuh, ich brauche einen Leder. Leder, Leder. Ich hätte in Rolle gefallen. Wissen du? Hinter mir, vor mir? In ein Loch. Ein Loch? In einem großen, tiefen Loch. Warum bist du ein großes Loch? Ich habe in Rolle gefallen, ich habe keine Axt mit. Nee, 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 nee. Küpa! Hallo, Hundi! Hast du einen Knochen? Küpa! Das sind Wölfe. Die nur Schrafe fressen. Das sind Wölfe. Wie hoch kommt? Wie hoch kommt. Der liegt da hinten, oder? Was ist das so? Aber ich bin da hinten. Bis zu lang? Ich bin hier irgendwo. Ich stehe auf einem Baum oben drauf. Welchen? W-, ja, einen von vielen. in also man muss sie sein das ist in der Nähe mit die Führung der Kürbis gefunden im Schmied m ich habe es noch was ja das hat die Idee kommen ich müsste ein paar drei Schafe schlachten ich habe ganz viel Woll für für ein Bett für unterwegs Stimmt ich will auch nicht mehr ich mach das mit dem Bett okay Schabstrafe gründen um sie noch mal geblieben du bist du ich habe es zweimal ich weiß nicht ich habe eine Wolle und wenn er noch so will ja wobei sie ist worden ein weißes Schaf ich habe eine Wolle ja ich hab 4 wie das 4 so mit mir ist vier weiße Wolle hast du noch ein weißes Schaf mach mal mähtlos scharf das ist ein braunes wir sind wein so ein blödes der Brust ich muss mal hochstack hm kann sich auch breit hauen breit hauen du braunes Schaf das muss er sich ja aus wenn man weiß immer braun geht geht das Bett machen kann hm seit ich habe auch noch irgendwo kakauchen liegen was weiß ich nicht mein wenn die Wolle braun färben könnte die Wolle braun färben könnte auch kein Kakao ne aber nicht aber kein Kakao nicht die Wolle färben kann die Wolle färben kann wie sich die Wolle färben die braune Wolle auch schon weiß wenn denn frischen Knochen wunderschöpfle bis das hat die Wolle die Wolle auch die nächste Uhr das haben wir noch nie getestet Kür 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 Frieder 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 Du verschwendest, du verschwendest Pfeile. Hier, das ist weiße Farbe! Das sind noch Schneeglöckchen, oder? Wie ein neues Gezept. Was hat er denn schon? Oder war's da jemand anderes? Ich find's immer noch keins. Ich muss nur interessieren, ob du das komische braune Straf umfärben kannst. Das dann weiß ich noch, wenn ich es mit weißer Vorbewerb werde. Das ist die große Frage. Wissen du eigentlich? Ich bin nicht. Ich habe mich gerade gesehen. Du huckst dich irgendwo am Berg rum. Ich läuft wie hoch. Ich bin auch. Keinem hoofs auf Berg noch immer weiße Scharfe. Normal Fall ja. Bis jetzt sieht es nach ganz außer Schnee. Da steht schon immer noch Tittenfische drin. Keins. Keine weiße Schaf Ich bin ab auf dem Berg Was? Du Scheiße Keine weiße Schaf Seitdem gibt's Beze Und hier kommt er schwebender Stein Wo? Sie schweben, das ist also wie ein halbes UFO hier oben Das ist ein Hühnschnaub, kein Schaf Gäste Nürnberg Du Scheiße Seinen hier stehen Hier oben drauf sind wir, da kommt ein Spanthe Ich weiß scharf Das war Wahnsinnig Das ist ein Hühnchen Ich weiß, wo ihr ihn? Da ranktes nicht ich hab's gesehen ist kann der Berge kommen die Bitten sind auf meine Schafe ja, hab ein Schaf und gleich noch eins das habe ich dreimal weiße Wolle, oder? was ist das hier? warum schwebt hier ein Stein in der Luft? Hallo? was soll das? Wollt ihr hier mit einer Uhr bauen? vor allem im drüben bis zur Garten vollkastenbauweise Hm. Ich hab Wüste gefunden. Naja, ich seh's schon. Kaktus. Ey, bist du? Hier oben. Ich bin unten. Wohne ist das ein Kripo doch vorne, ne? Das sind Kaktälen. So, verhasen. Hä? Gibt's Hasis. Wo? In der Tat, sie sind nie da drüben, wie so rumhupen. Sand. Hasis, wo? Ah. Hasis, ich bin einfach stehen. Wie steht das? So, das. Weißer Farbe, das kann weg. Was? Eine Wookbench. Ich hab sie erwischt. Ja, kannst du weg. Große Kaninchen hab ich. Mhm. Au. Weißer mein Müll einsammeln willst, ne? Mein Inventar ist leer. Fast so leer. Wenn sie was wollen. Lass du vielleicht noch bisschen Bruchsteine wenn du willst. Ne. 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 knackställein. Ne. Ne. Ohne das! Paul, das. Ne. 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 der Wuppe hingestellt sie auch schon das Wettbewerb damit der Schlafplatz gesichert ist wir schlafen m hier schlafen die Rügel und immer in der Mitte es geht mit ein weiterer Stein finden muss ein Verlösen und etwas viel und steigen sie schon wir sind ob es zählt die Sexte hatten er auch da hat es zu sein wir sind und anpacken das keine kohle gespürt ist ab und keine kohle die kenne kohle das tun in der drüben sportreichend aber das heißt nicht mehr als das ganze gleich alles braten sind die Ups gelettet komponente die Ups gelettet ja was nicht für die unterirdische Runde wenn ich die Dinger weg freue oder krieg ich schon Ast oder auch nicht hm ja mit mir bleiben ich weiß nicht ich war auch da drinnen gewesen ist gleich hey andererseits sein wenn auch schon mit dem so kann aber war schluss der nachher es klappt nicht es klappt nicht es klappt nicht Mann äh ah hat zum starten das war nicht danach so keine abgültig weil sie das denken sind Was dann? Ein Schlaf-IQ-Raum. Glaube ich nicht. Noch nicht, aber nicht mehr so viel. Ich habe ein Skelett. Ja, der ist jetzt irgendwo. Aber wahrscheinlich runter ist das irgendwo. Da gesehen habe ich es noch nicht. Aber man weiß ja nicht, was hier nachher alles rauskommt. Ich weiß, was ich meine. Gute Nacht. Nein, mach du jetzt. Machst du nicht durchfallen. Das ist ein Wolf. Wo ist denn? Ich muss den Wolf in Wolf sein. Das ist ein Wolf. Das war's. Meine. Guck mal, guck mal, wo das Skelett ist. Irgendwo unten drunter, ja. Ich nehme mal, dass hier wahrscheinlich eine Höhle unten drunter ist oder so. Das ist so komisch. Da ist das Skelett. Ich hab's. Und da ist ein Verwüsteter. Verwüsteter. Und ein Verwüsteter. Und ein Creeper. So. Das Skelett ist weg. Seid doch froh, du wirst jetzt los. Unten steht's. Ich geh mal in die Erdhütte. Da hab ich mal eine Tür reingebaut in die Erdhütte. Ich hab's erlegt. Ja, warte ich was. Was? Noch ein Skelett, alter. Bist du das da hinten? Nein, wirst du nicht. Ich komme jetzt. So wirst du so bis grad kaputt gegangen. So wirst du so bis grad kaputt gegangen. Das ist ein Enderman. Und das ist glätt. Wo denn? Du, ich muss nur drücken lassen. Da hinten. Das annatig ne? Du, ich muss um 해야ablichen Eidhütten sein. Ja, man kriegt das просто drücken. Eine M bias. No, ich muss nicht rein. Das ist so. Kürzlich, ich gehe nicht mehr schlafen. Noch ein paar Schüsse machen, oder? Nein. Nein. Kannst du von dir oben 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 schießen? Kannst du von dir oben 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 schießen? Da hinten schwebt ein Baum. Warum schwebt da ein Baum? Nein. Ich muss nichts verstehen. Wie so ganz ein paar Schmerzen, oder? Ich komme jetzt. Ich bin schon im Bett, oder? Ja. 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 Ja.